Die Raumfahrt-News im Überblick. SpaceX repariert Starship-Pet und arbeitet an mehreren möglichen Starship-Oberstufen für nächsten Flug. Radarausleger der Jupiter-Sonde Juice befreit. China holt nach 276 Tagen im Orbit geheimes Weltraumflugzeug auf die Erde zurück und startet stark überarbeiteten Weltraumfrachter zur Tiangong-Raumstation. An der ISS herrscht Regels treiben und die neuen ESA-Astronauten stellen sich der Presse. ULA bereitet sich auf erstes Vulcan Static Fire vor und SpaceX soll für die private Raumfahrtfirma VAST die erste kommerzielle Raumstation in den Orbit befördern. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute in den Raumfahrt-News. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Montag, den 8. Mai, hat Rocket Lab für die NASA-2-Tropics-Sturmbeobachtungstathleten gestartet. Am Mittwoch, den 10. Mai, hat die China Aerospace Science & Technology Corporation von Wingchang aus eine lange Marsch 7 gestartet. Die Rakete brachte das Tianzhou-6-Raumschiff in seine geplante niedrige Erdumlaufbahn für einen Frachtversorgungszug zur chinesischen Tiangong-Raumstation. Dazu aber gleich mehr. Auch am Mittwoch hat SpaceX von der Vennberg Space for Space eine weitere Ladung Starlink-Internetsatelliten gestartet. Laut eigenen Angaben hat Starlink mittlerweile 1,5 Millionen Nutzer weltweit. Kommen wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News. Wie das ESA Operations Team mitteilte, ist die Radarantenne der Juice-Sonde frei. Das Instrument mit dem Namen Radar for Icy Moons Exploration, kurz RIME, besteht aus einer 16 Meter langen Antenne. Bei ersten Versuchen, die zusammengeklappte Antenne auszufahren, wurden nur die ersten Segmente jeder Hälfte entfaltet. Die Flugkontrolleure vermuteten, dass ein winziger, festsitzender Stift die anderen Segmente blockierte. Nach mehreren Manöveren konnte man letztendlich am 12. Mai das Ausklappen der Antenne schließlich abschließen. Das Instrument ist eines der Hauptinstrumente und soll die Eisdecke der Eismonde des Jupiters durchdringen und so Aufschluss über die Dicke des Eises und über mögliche Ozeane liefern. Juice ist ja mit der vorletzten Ariane 5 gestartet. Der letzte Start, das wird dann der deutsch-französische Doppelstart mit Syrakus und Heinrich Herz im Juli. Der Nachfolger Ariane 6 scheint sich weiter zu verzögern. In der OHB-Investoren-Pressekonferenz am 10. Mai sagte der OHB-Vorstandsvorsitzende und größte Anteilseigner Marco Fuchs, dass man bei der OHB mit einem Erstklug der Ariane 6 zu Anfang des nächsten Jahres rechnet. Die Tochtergesellschaft der OHB, MP Aerospace in Augsburg, stellt Tanks und Strukturen für die Ariane her. Was weniger bekannt ist auch für das SLS der NASA. Die Ariane 6 ist aber nicht die einzige Rakete, die ihrem Zeitplan hinterherhängt. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab, dass eine Rakete früher fertig wurde als geplant. Jedenfalls auch die Wahlkampf von ULA ist spät dran. Sie hatte mit Problemen in der Entwicklung zu kämpfen. Jetzt plant die United Launch Alliance nach einem Betankungstest an diesem Freitag das Zünden der beiden BE-4 Haupttriebwerke von Blue Origin bereits für die nächste Woche. Laut ULA-CEO Tory Bruno soll es für den statischen Feuertest auch einen Livestream geben. Nach einer Explosion während eines Tests der neuen Centaur-Oberstufe für die Wolken wurde der Erstklug der Rakete erst einmal auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die neuen fünf ESA-Karriere-Astronauten stellten sich seit dem Beginn ihres Trainings erstmalig der Presse. Die Französin Sophie Adenot, der Belgier Raphael Ligeux, die Britin Rosemary Coogan, der Spanier Pablo Alvarez Fernández sowie der Schweizer Marco Sieber werden ein intensives einnäheriges Training in Köln am Europäischen Astronautenzentrum der ESA erhalten. Ab frühestens 2025 werden die fünf dann für Missionen zur ISS zur Verfügung stehen. Missionen zum Mond im Rahmen des Artemis-Programms sollen zunächst einmal innerhalb der ESA an die bisherigen erfahrenen Astronauten vergeben werden. Ebenfalls an der Grundausbildung teilnehmen wird eine Australierin, Catherine Bernal-Pack. Sie wurde von der australischen Raumfahrtagentur zur ESA entsandt. Ziel, die noch recht junge australische Raumfahrtagentur will Kompetenzen im Bereich der astronautischen Raumfahrt sammeln. Ob die Australierin im Anschluss auch mal einen Raumflug absolvieren, wird das ist noch ungewiss. Übrigens, für diese Ausbildung lässt sich die ESA von den Australiern sehr, sehr gut bezahlen. Chinas geheimnisvolles, wiederverwendbares Raumflugzeug hat am Montag seine zweite Mission abgeschlossen. Nach 276 Tagen in der Umlaufbahn ist es nun gelandet, wie auch jetzt offiziell bekannt gegeben wurde. Das wiederverwendbare Testraumschiff, das vermutlich wie ein kleines Mini-Space-Shuttle aussieht, startete am 4. August letzten Jahres vom Jinkuan Satellite Launch Center in der Wüste Gobi. Dieses ominöse Weltraumflugzeug setzte laut US Space Force ein Objekt in der Umlaufbahn frei. Das Raumfahrzeug führte dann während seines Flugs zahlreiche kleinere und größere Orbitalmanöver durch. Die Landung dürfte laut Jonathan McDowell auf dem chinesischen Militärstützpunkt Lobnur erfolgt sein. Das Tianzhu-Frachtraumschiff hat am Mittwoch an Chinas Tiangong-Raumstation angedockt. Mit dieser Frachtversorgung wird die nächste chinesische Langzeitmission vorbereitet. Das Andocken an die hintere Andockstelle der Tiangong-Raumstation war etwa acht Stunden nach dem Start abgeschlossen. Das Tianzhu-6-Raumschiff transportierte Vorräte für Astronauten, wissenschaftliche Nutzlasten und Treibstoff für die Raumstation. Ganz spannend, dass das Tianzhu-Raumschiff einige Verbesserungen gegenüber den vorherigen fünf Raumfahrzeugen aufweist. Der Innenraum wurde um 20 Prozent von 18 auf über 22 Kubikmeter vergrößert und die Zuladung stieg von 6,9 auf 7,4 Tonnen. Weiter soll das Tianzhu-Raumschiff in Zukunft ähnlich zur Cargo Dragon auch Fracht zur Erde zurückbringen können. Gerade für Forschung und Experimente ist das eine wichtige Fähigkeit. Die Kapazitätserweiterung von Tianzhu-6 bedeutet außerdem, dass China nur noch alle acht Monate ein Tianzhu-Raumschiff starten muss, statt wie bisher alle sechs Monate. Die aktuelle Shenzhu-15-Besatzung hat ihre sechsmonatige Mission fast beendet und wird vor ihrer Rückkehr die nächste Crew begrüßen. Tianzhu-16 wird in den kommenden Wochen mit einer Langmarsch 2F starten. Am 6. Mai 2023 wechselte die Crew 5 Dragon Endeavour den Docking-Port auf der ISS, um den Docking-Adapter für die künftige Cargo Dragon CRS-28-Mission freizumachen. Mit der kommenden Cargo Dragon CRS-28 kommen im Trunk der Cargo Dragon, also dem Kofferraum, die letzten Paar der neuen Arosa-Solarpaneele zur ISS. Damit man diese mit dem Canadarm 2 einfacher aus dem Trunk der Dragon bekommt, muss diese Cargo Dragon dann am IDA3, also dem International Docking Adapter 3, docken. Der ist oben. Nur so kann man sicherstellen, dass der Robotik-Arm auch weit genug in die Cargo Dragon hinein langen kann, um die neuen Salarpaneele da rauszuholen. Damit diese Cargo Dragon jedoch am International Docking Adapter 3 docken kann, der Start ist derzeit für den 3. Juni geplant, musste die Crew 6 Dragon Endeavour ihren Platz dort räumen und auf IDA2, also International Docking Adapter 2, ausweichen. Für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass während des Um-Dockens etwas schief gegangen wäre, war die gesamte Besatzung an Bord von Endeavour. Bei der NASA-Astronauten Steve Bohn und Woody Huberk, Emirati-Astronaut Sultan Al-Nayyadi und der Kosmonaut Andrey Fedyayev. So hätte im Notfall die gesamte Crew zur Erde zurückkehren können, wenn ein Docking nicht mehr möglich gewesen wäre. Die Inbetriebnahme des russischen Forschungsmoduls Nauka nähert sich ihrem Abschluss. Nachdem in der Nacht vom 18. auf den 19. April bereits erfolgreich ein Außenbordeinsatz der beiden russischen Kosmonauten Sergej Prokopjev und Dimitri Petylin erfolgreich verlief, legten die beiden sowohl in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai als auch in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai nach. Der Spacewalk vom 3. auf den 4. Mai hatte zur Aufgabe, wieder mit Hilfe des europäischen Robotikarmes ERA, die Wissenschaftsschleuse von Raziviert nach Nauka zu transferieren. Genauso wie der Radiator, der in der Nacht vom 18. auf den 19. April versetzt wurde, lagerte diese Wissenschaftsschleuse knapp 13 Jahre an der Außenhaut von Raziviert und wartete darauf, auf Nauka versetzt zu werden. Der Ausstieg begann mit dem Öffnen der Ausstiegsluke um 22 Uhr MESZ, dauerte insgesamt 7 Stunden und 11 Minuten und endete mit dem Schließen der Ausstiegsluke um 5.11 Uhr MESZ. Der Spacewalk vom 12. auf den 13. Mai hatte zur Aufgabe, den Radiator, der zuvor mit dem ERA-Robotikarm von Raziviert zu Nauka gebracht wurde, nun zu entfalten und in Betrieb zu nehmen. Der Ausstieg begann mit dem Öffnen der Ausstiegsluke um 17.47 Uhr MESZ, dauerte insgesamt 5 Stunden und 14 Minuten und endete mit dem Schließen der Ausstiegsluke um 23.01 Uhr MESZ. Vielen Dank an Ihren, der die ISS News wieder zusammengetragen hat. Die NASA hat sich festgelegt, die Zukunft im niedrigen Erdorbit sollen für ihre Anforderungen kommerzielle Stationen bilden, wo die NASA nur noch Kunde und nicht mehr Betreiber sein möchte. Fast aus dem Nichts ist da diese Woche ein neuer Anwärter aufgetaucht. Die Firma VAST möchte zusammen mit SpaceX die erste private Raumstation starten und das bereits im August 2025. Die Haven One Station soll mit einer Falcon 9 in einen 500 Kilometer Orbit starten und wird mit ihren 3,8 Metern Durchmessern in die Nutzungsverkleidung der Falcon 9 passen. Kurz nach dem Start der einen Modulstation soll eine SpaceX Crew Dragon vier kommerzielle Astronauten zur Haven One bringen. Wie Eric Berger von Ars Technica berichtet, soll die Crew dann etwa 30 Tage an Bord der Haven One Raumstation verbringen, wobei ein Teil der Verbrauchsgüter und das Lebenserhaltungssystem von der Crew Deng mitgenutzt werden. Die vier Plätze für diese Mission sollen nun zum Verkauf stehen, ebenso die Plätze für eine zweite Mission, die frühestens 2026 starten wird. Durch die direkte Unterstützung von SpaceX und dessen Erfahrung bei der Entwicklung dieser lebenserhaltenden Systeme für Dragon, möchte VAST den ambitionierten Zeitplan einhalten. Und da SpaceX VAST auf der Webseite als Kunde führt und Werbung für das Projekt macht, ist das wohl nicht so unwahrscheinlich. Tom Ognaro, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung bei SpaceX, sagte, dass eine kommerzielle Rakete, die ein kommerzielles Raumfliff mit kommerziellen Astronauten zu einer kommerziellen Raumstation starten wird, die Zukunft des erdnahen Orbits ist und dass SpaceX zusammen mit VAST versucht, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Die Finanzierung wird vorerst komplett durch den VAST-Gründer und Blockchain-Milliardär McCallup geschehen und soll 300 Millionen Dollar kosten. Ich bin kein Blockchain-Milliardär und daher hier ein großes Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihr regelmäßigen Spendenmonitär unterstützen. Vielen, vielen Dank, ohne euch könnte ich das hier nicht machen. Wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, die deutschen Sprache, um für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder dem Senkrechtstarter-Patreon. Hashtag Team Space Kommen wir zum Starship. Ich hatte berichtet, dass SpaceX direkt nach dem Flugtest noch nicht wusste, welche Starship-Oberstufe als nächstes fliegen könnte. Aktuell kann man sowohl an Schiff 26 als auch an Schiff 27 Arbeiten beobachten. Schiff 28 befindet sich jetzt auch in einem relativ fortgeschrittenen Bauzustand. Zwar wurde Schiff 25 bereits ausgiebig getestet, aber vom Design her ähnelt es sehr dem geflogenen Schiff 24. Es ist also durchaus möglich, dass SpaceX hier auf ein neueres Design geht. Schiff 26 hingegen gilt als relativ unwahrscheinlich, da es weder mit Hitzeschutzkacheln noch mit Flossen ausgestattet ist. Hier handelt es sich vermutlich um einen Pathfinder für nicht wiederverwendbare Flüge. Vor einem erneuten Start muss aber erstmal die Startanlage wieder hergerichtet werden. Am Orbital Launch Mount, OLM, dem Starttisch, wurden Gerüste und eine Treppe für den Zugang der Arbeiter aufgestellt. Aktuell kann man beobachten, wie Rohrleitungen ausgetauscht werden und auch Reparaturen und Wartungen der Schnellkupplung zur Boosterbetankung durchgeführt werden. Auch wenn Elon Musk gesagt hat, man plane, die vertikalen Tanks der Tankwand zu ersetzen, werden auch hier aktuelle Reparaturen durchgeführt. Die Erdarbeiten am OLM-Fundament werden aktuell auch fortgesetzt und Teile des vom Abgas abgetragenen Lochs wurden aufgefüllt. Nach dem Ausbessern der Fundamente mit Beton sollten in den kommenden Wochen die Arbeiten an der Kühlplatte beginnen. Aktuell ja noch unter der Bezeichnung Mega Steel Sandwich. Ich hatte in dieser Woche Adrian von NASA Spaceflight zu Gast und habe mit ihm über seine Erfahrungen während des Starts gesprochen. Er war ja vor Ort. Aber natürlich auch, wie er die weiteren Entwicklungen einschätzt. Das Interview mit ihm verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Aktuell geht Adrian davon aus, dass SpaceX es dieses Jahr zwar nochmal versuchen wird, vielleicht aber dann im September oder Oktober. Bisher lag Adrian mit seinen Schätzungen immer ziemlich gut. Da werden also eine Menge an Raketen vorher starten und das bringt uns zu den Starts der kommenden Woche oder der kommenden Wochen. Und da hat sich bei Redaktionsschluss ein krasses Bild abgezeichnet. Die fünf nächsten Orbitalraketen-Starts weltweit, die sind alle von SpaceX. Zwei davon Starlink für SpaceX selbst, die anderen drei aber kommerziell. Eine der kommerziellen Missionen ist sogar mit Axiom 2 ein Crew-Flug zur ISS. Ob dann alle Starts so stattfinden, wird sich zeigen, aber ist schon eine bemerkenswerte Timeline, dass regulär so viele unterschiedliche Starts von einem Unternehmen durchgeführt werden. Am nächsten Rand wären die beiden Starlink-Starts am Sonntagmorgen den 14. Mai und am Donnerstag den 18. Mai. Gefolgt dann von einem Iridium-Start am Freitag, den 19. Mai, der einen OneWeb-Satelliten als Rideshare mitnimmt. Ich hoffe, du hast dich auf deinem Senkrechtstarter-Rideshare hier in den News gut informiert und gut unterhalten gefühlt. Wenn ja, dann Like nicht vergessen. Ja, und mit dem Abo hier hast du einen Platz in der ersten Reihe für alles, was uns in der Raumfahrt noch weiter erwartet. Denn in der Zukunft der Raumfahrt, da werden unglaubliche Dinge passieren. Unser Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Dein Mo.